Hallo, mein Name ist Andja Lenz und ich unterrichte hier Klavier, Blockflöte und Elementar-Musikpraxis. Unter anderem bin ich in verschiedenen Kooperationsmodellen der Musikschule tätig, wie zum Beispiel in der Kita Mucki in Winsbach oder der Singendengrundschule. Studiert habe ich Musikpädagogik im Bachelor und Master an den Musikhochschulen Hannover und Nürnberg. Seit dem Schuljahr 2018-2019 unterrichte ich nun hier in unserer Musikschule. Ich freue mich über Ihr Interesse.